Hallo, hier ist Kai von Improve Your Skills. Ich bin seit Wochen im Online-Unterricht. Meine Lehrer schicken die Hausaufgaben über eine PDF-Datei. Am Anfang hatte ich Probleme, diese Datei auszudrucken. Wenn du dieses Problem auch kennst, dann habe ich die Lösung für dich. Dazu musst du Google Chrome als Browser benutzen. Hier zeige ich dir das Problem bildlich. Ich öffne zunächst den Ordner, wo die PDF-Datei gespeichert ist. Klicke dann das Druckersymbol an. Warte. Dann öffnet sich das Druckermenü. Ich klicke auf Drucken. Jetzt kommt eine Fehlermeldung. Jetzt zeige ich dir die Lösung. Gehe mit der Maus auf die PDF-Datei. Drücke rechtsklick. Warte. Dann gehst du auf Öffnen mit Google Chrome. Klickst dran. Dann gehst du auf das Druckersymbol. Und dann auf Drucken. Und dann lässt sich die PDF-Datei ausdrucken. Vielen Dank, dass du dieses Video geguckt hast. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn dir meine Videos gefallen. Liked und lass gerne einen Kommentar da. Ciao. Ciao. Ciao.